Hi unsere lieben Freunde und Bekannten aus dem Internet. Wir sind wieder hier für euch wie immer in unserem Format. Ich wollte immer schon mal. Und heute ist einfach einer von meinen krassen Lebensträumen. Und zwar wollte ich immer schon mal einen Marathon laufen oder einen Halbmarathon laufen. Mein Problem ist, ich habe eine total kaputte Hüfte, ist wirklich von dem Arsch. Ja, ich zeige euch das jetzt auch mal. Hier sind die Bilder von meiner Hüfte. Weil ich das immer schon mal haben wollte, habe ich mir gedacht, okay, den Halbmarathon, den hole ich mir. Auch wenn der Arzt gesagt hat, okay, nicht mehr als 12 Kilometer. Zumindest können wir meine Tracking-App so weit überlisten, dass die am Schluss glaubt, ich war 21 Kilometer weit körper, indem wir als Orange mir diesen Traum erfüllen. Und da habe ich hier den Manuel. Sportlich. Zeig auch mal von Manuel, wir grüßen mal die Leute im Internet. Hi, Mama. Ich bin im Fernsehen. Weißt du, was das Wichtigste bei dem Laufen ist? Die Schuhe. Nein, das sind die Getränke, dass man immer was Geiles zum Trinken hat. Deswegen bauen wir jetzt erstmal im Schnelldurchlauf so eine kleine geile Getränkestation für vorne an der Straße, wie beim Marathon. Wir brauchen das Feeling. Getränkestation. 74 durch 2. Keine Ahnung. Okay. Okay. Einen 7-5er-Spacks, oder wie? Hahaha. Geil. Ein gut platzierter Traum, der schafft Zeit. 3, 2, 1, Getränkestation. Basti's Magic Hands. Oh, shit. Jetzt war es bei einem Augenblick voll. Hey, wow. Basti's Magic Hands hat voll funktioniert. Gut. Und auch die Sau, begeben wir uns voll in die Laufbahn rein. Nein, wie fahren wir das nicht? Nein. Hey! Mein Motivation ist einfach nur eine gute Zeit zu haben, Spaß zu haben. Ich gehe laufen, weil ich Bock auf jeden Fall habe. Zwischen 7 und 10. So alle zwei, drei Tage einmal. Stunden oder Kilometer? Stunden. Und man wird natürlich auch braun, so wie heute. Der Stern brennt aber. Soll ich noch ein paar Tricks zeigen? Ja, machen wir ein paar Tricks. Der geht so. Das schaut immer aus, wie wenn man versucht, sich selber einen zu blasen. Das haben wir alles schon ausprobiert. Und dann im Kopf ganz weit durch. Strecken. Jetzt, wenn er da hier rausfällt, hast du natürlich das Problem. Oh, 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 oh. Geil. Mach da die andere Seite. Und du musst, du denkst, da hinten. Da ist ein Stück Eis und das müsst du unbedingt haben. Der ist geil. Das schaut total erotisch aus, aber der ist wichtig. Irgendwie dieses Gelenk. Wenn man ein bisschen näher kommt, dann härt man es sogar. Er schaut immer noch nicht raus. Und wenn du das hast, dann bist du ready. Ein wichtiger Profi-Tipp von mir. Am Anfang immer ein bisschen langsamer anfangen. Dann kontinuierlich steigern. Voll gut. Kontinuität ist das Zauberwort. Hier ist es, um ein bisschen mehr Dramaturgie reinzubringen. Und man riecht es leider nicht am Video, aber hier ist so ein leichter Odl-Geruch. Odl! Aber mich erinnert sowas immer an. Odl! So, in der Gegend von Bartölz war ich früher immer mit meiner Mom. Schönen Bauernhofurlaub mit so kleinen Kätzchen. Odl! Das erzählt er immer, weil er oft interessiert keinen Menschen, aber mach weiter. One Kilometer. Was hat sie gesagt? Ich zeig mir mal meinen Muskel her. Die Magengrube muss immer frei sein, bevor man läuft. Kilometer eins. Ich persönlich würde es ja ganz cool finden, wenn irgendwer auf die Fresse fliegt beim Video. Vielleicht wären wir ja sogar so vorne. Ich habe gerade einen Pils gekriegt, wie bei Mario Kramp. Den Feuer jetzt ablassen, damit keiner. Du musst deine mentale Kraft einfach auch trainieren. Das ist alles in deinem Kopf einfach nur. Das ist wirklich so. Wichtig ist die Fähigkeit, dass man sich auch motivieren kann, ohne dass man irgendeine Musik im Ohr hat. Wirklich wichtig. Ich kann übrigens nicht so viel reden, wenn ich laufe nachher. Muss ich ehrlich geil sagen. Das werde eher mit mir schnaufen versetzt sein. Liebe vergeht und Hektar besteht. Das ist denen an der Motto. Das ist auch richtig geil, wenn man da einen geilen Arsch laufe zum Laufen. Drei. Drei Kilometer. Habt ihr eine Genehmigung? Scheiß direkt brauchen wir eine Genehmigung. Ja. So, die letzten zwei Kilometer sind dann so richtig laufe auf die Arbeit. Ja. Und ich hab das ja praktisch an Manuel so drauf gedrängt, dass er zuerst laufen muss. Weil das ist ja mein Lebenstraum, die 21. Ich gehe dann wieder vollziehen. Ja. Und wenn wir fertig sind, kriegst du noch einen ganz anderen Zieleinlauf. Geil. Ah! Es ist wohl ein Sprung ins Gesicht. Alle Hände hoch. Wir machen 25 Kilometer voll. Nein, das ist gut. Da habe ich jetzt mit einer Arschlaufe. Ja. Schafft man schon. Jetzt muss ich auch wieder die Hose zurechtrücken. Kennst du das, wenn sie die Innenhose so verhakt? Wenn das da alles so rumfällt. Ob das bei deinem kleinen Champignion noch einen Unterschied macht? Ja, diese Witze da steht drüber. Wir werden ihn rausholen. Boah! Mit ein neues Leben zu pflanzen. Davon weiß ich besser Bescheid. Und dann hast du 5 Kilometer ohne Probleme. Ja. Okay, und jetzt hier neben der Straße. Zeit für ein kleiner Introduce. Ich bin der Janosch und ich bin der Kameramann. Das ist ein fresher Typ. Man, das schneide ich nicht rein. Das ist scheiße. Doch, das kommt rein. Das kommt auf jeden Fall rein. Genau so. Das schneide ich mir nicht rein. Das probieren wir. Sag halt mal, hätte einen Hupen. Aber wie klingt eigentlich, so ein Bulldog, wenn er hupt? Macht er eher so mimip oder so buuuu? Der Jay, unser Kameramann und finde ich richtig cool, dass er mit am Start ist und dass er uns hilft und das ist voll wichtig, weil wir können zu zweit einfach nicht drei Kameras halten oder vier. Wir haben uns auch so lustige Helmkamera ausgesenkt, aber das haben wir dann doch lassen, weil sonst ist so viel Material zum zusammenschneiden. Und so kann man dann die Teens doch begeistern. Der muss sich immer einwischen. Er kann uns nie alleine lassen. Er will immer mitreden. Der Manuel ist wie der Axel Rose. Der Manuel, das ist der Axel Rose von Orange und er will alles an sich reißen. Ja, wenn ich der Axel war, dann würde ich so laufen. Da hätte ich den keinen Teil. Jetzt würde ich mal gleich rumfließen. Zwischenbilanz über acht Kilometer schon. Voll weit von daheim weg. Und wir müssen aber Übergabe am Übergabepunkt machen. Ich weiß noch nicht so genau warum, aber wir müssen es einfach so machen. Aber der Manuel ist ja topfit. Der hat ja keine kaputte Hüfte. Da sag ich mal, wo gehobelt wird, der Falsch-Ben. Wir waren hier schon mal. Wir sind mal miteinander gelaufen. Und wann war das? Nach der Arbeit oder so? Nachdem wir wieder drei Stunden im Studio waren, wollte der Basti unbedingt nur laufen. Und ich war voll irgendwie so ausgemergelt und irgendwie zu wenig gegessen. Da hab ich mir so richtig gedacht, auch wieder kaum Bock mehr auf den Scheiß. Das heißt, ich hab jetzt die Chance, dass ich das wieder speichere in eine positive Erinnerung. Wenn er so weiß um die Nase währt, dann hat er wieder vergessen die restlichen OPs, die er braucht mitzunehmen. Ihr wisst ja, wie das letzte Mal mit meinem kleinen Zeh war. Und jetzt hat halt der Manuel mal so ein Zipperlein. Weißt du? Kleines Zipperlein. Ich wollte schon immer mal eineinhalb machen, so ein Laufen für Basti. Wir haben mittlerweile so neun Kilometer geklappt. Kann man schon durch? Ja. Aber ob wir eineinhalb Kilometer am Übergabepunkt sind, weiß nicht, ob wir das so genau berechnet haben. Ich sage das immer auf der Bühne, ich liebe ihn ja, den Manuel. Das ist ja so. Also ihr müsst wissen, das ist eine ganz platonische Geschichte bei uns. Aber wir sind einfach Bros und wir sind die dicksten Kumpel und wir sind einfach die geilsten. und wir sind einfach die geilsten Kumpel. Ich glaube der Fäschelädel, wenn meine Freundin und irgendwann mal meine zukünftige Frau in dem Alter immer noch so knackig ist, dann alles klappt. Keine Details. Level up und boost. Was da richtig mies ist, wenn da so Schweißtropfen ins Auge rinnt. Ah, das brennt. Was da richtig ist, wenn wir das jetzt machen können? Was da richtig besser bezinellt? Was da richtig? Wie bleibt das jetzt? Wie bleibt das? Was da richtig? Wir nähern uns langsam der Übergabe und jetzt haben wir noch einen kleinen Schmankerl im ersten Set. Es kommt nämlich der 100-Wasser-Turm von Abensberg. Ist schon vorher da. Es ist ein wunderschöner Turm, schaut richtig cool aus. Shoutout an unsere Naomi Peter Pelikan. Was ich persönlich ein bisschen traurig finde, eigentlich hätte ja dieser Turm höher werden müssen, weil quasi so ein Turm nicht höher sei, der für den Kirchturm. Das wirkt für mich ein bisschen wie ein Schwanzvergleich, muss ich es ganz ehrlich so sagen. Dazu sag ich mal gar nichts. Ich glaube, Gott liebt uns auch immer noch genauso viel, wenn jetzt der Turm auch doppelt so hoch gewesen wäre. Jetzt kommt die große Übergabe. Ich mach nur noch ein... Alter, ich mach nicht mit und jetzt... Fuck, ich bin zuerst. Wir haben noch mal zwölf. Oh, die Weine geht. Schaffst du es? Passt so? Ja, aber du filmst dein Ohr nicht wie. Mein Ohr ist hier. Ich glaube, mich schmeißt es. Dann zeig ich euch mal was. Der orange Pausenprügel, damit du richtig viel Energie hast. Ich hab mir den schon verdient. Pausenprügel dabei. Okay, wie fühlst du dich jetzt bei deinem Start? Ja, der Start ist ziemlich gut gegangen. Übergabe war top. Der Manu hat also krass in zwölf Kilometer vorgegriffen. Das heißt, wir bleiben nur noch neun. Und ich muss sagen, ich bin jetzt richtig froh, dass ich loslaufen kann. Weil immer auf dem Radl sitzen und mit dem Stativ so komische Bedenkungen machen. Das ist krass da. Dieser Sattel, der geht dir. Der geht richtig tief. Ich wollte ihn für den Manu schon runter machen, oder? Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, und wenn ihr wissen wollt, wer so richtig eine gepaddelt bekommt beim nächsten Mal, dann schaut sie wieder ein, wenn es heißt, Orange, ich wollte immer schon mal einen Halbmarathon laufen.